Servus Freunde des Ballsports, es gibt ein neues Transfergerücht und das hat es in sich. Der FC Bayern München soll wohl sehr interessiert an einer Verpflichtung von Ilkay Gündogan sein. Darum soll es heute in diesem Video gehen, vorab wie immer die Info, lasst mir gerne ein Abo da. Zudem noch eine kleine Abfrage, ich bin aktuell dran in Discord zu erstellen, Bundesliga Insight wird der heißen. Da soll es ein bisschen um die neuesten Transfers, um die neuesten News, um die Gerüchte und so weiter, alles rund um die Bundesliga, die zweite und die dritte Bundesliga gehen. Wenn ihr darauf Bock habt und Ideen habt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Aber jetzt wieder zurück zum Thema des Videos. Ilkay Gündogan und der FC Bayern München. Das hört sich vielleicht erstmal für einige von euch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen an, aber es könnte am Ende der Saison wirklich ernst werden. Denn Ilkay Gündogan hat nur noch Vertrag bis Ende der Saison, das heißt bis 2023. Und in München soll man sich mit einer möglichen Verpflichtung des 32-Jährigen beschäftigen. Das liegt wohl nicht zuletzt daran, dass Gündogan wohl sehr offen und interessiert wäre an einer Rückkehr nach Deutschland. Und da kommt eigentlich fast nur der FC Bayern München für ihn in Frage. Denn er ist mittlerweile zu einem der besten Spieler der Welt aufgestiegen. Das kann man, denke ich, ganz klar so sagen. Er ist Mannschaftskapitän der Citizens und spielt eine tragende Rolle unter Pep Guardiola. Aktuell, wie gesagt, gibt es noch keine Vertragsgespräche zwischen Manchester City und dem Spieler. Nicht zuletzt, weil wahrscheinlich Manchester City auch so ein bisschen sich im Mittelfeld verjungen möchte und quasi einen neuen Transfer dann wagen möchte. Man hat ja schon Philips geholt, der kommt aktuell noch auf keine großen Spielzeiten. Deswegen muss man sagen, könnte es eben so sein, dass Gündogan nach seiner erfolgreichen Zeit bei Manchester City den Verein ablösefrei verlassen darf. Aber wie kommt man jetzt auf den FC Bayern München? Ja, das liegt daran, dass die Bayern auf jeden Fall sehr interessiert an ihm sind. Natürlich ist man im Mittelfeld mega gut besetzt. Rian Gravenberg, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Marcel Sabitzer. Aber Julian Nagelsmann ist noch auf der Suche nach so einer richtigen Pressingmaschine. Und da lange galt ja Konrad Leimer als Top-Favorit. Der wird aber jetzt immer wieder auch mit, um zum Beispiel Lippo in Verbindung gebracht. Und der Österreicher bringt natürlich nicht so viel Erfahrung mit, wie das an Ilker Gündogan tut. Und man muss sagen, Gündogan kennt Pressing-Systeme, denn er hat unter Jürgen Klopp Pressing gespielt. Er hat unter Pep Guardiola Pressing gespielt und kennt natürlich dafür diese Taktiken sehr, sehr gut und passt damit perfekt in das Anforderungsprofil des FC Bayern Münchens. Ob man ihn natürlich tatsächlich holt, das ist noch fraglich. Er ist natürlich schon 32 Jahre alt. Er ist wirklich im Spätherbst seiner Karriere. Das heißt, man hätte vielleicht noch zwei, drei Jahre Spaß mit ihm. Aber hätte er natürlich nicht dieses Problem wie bei Leimer, der mit 25 natürlich deutlich jünger ist, mehr Perspektive mitbringt, auf jeden Fall eine langfristige Lösung ist. Bei Gündogan wüsste man, wenn man den mal auf die Bank setzen muss, das ist gar kein Problem, weil er eben ja auch schon im fortgeschrittenen Alter ist. Und gerade auch im Hintergedanken, dass man ja einen realen Gravenberg sich auch irgendwo aufbauen möchte und ihn langfristig als alternative Mittelfeld haben möchte, wäre natürlich eine Verpflichtung von Konrad Leimer. Aber nur noch einen jungen Spieler, der eben immer spielen will, in dieses Top-Auswahl, die man da bereits hat, reingeworfen. Weiß ich nicht, ob das so zielführend wäre. Gündogan wäre auf jeden Fall eine Option. Jetzt würde mich natürlich auch eure Meinung interessieren. Meint ihr, Ilkay Gündogan passt zum FC Bayern München? Meint ihr, bei diesem hochklassig besetzten Mittelfeld der Münchner braucht man noch einen Superstar wie Ilkay Gündogan? Gerne eure Meinung in die Kommentare. Bis dann, Leute. Ciao.